Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich. Und heute ein Lego-Marvel-Set von Oktober 2022, Set Nummer 76212, Shuris Lab, Shuris Labor. Ich habe das letztes Jahr total vergessen, das Set da Video von zu machen, deswegen holen wir das jetzt nach. Ich bin ja jetzt gestern zufällig drüber gestolpert, ist hier im Regal gestanden. Ich denke, oh, was haben wir denn da? Hat 58 Teile, ist ein 4-Plus-Set, zwei Minifiguren, Shuri und Black Panther. In dem Fall ist es noch T'Challa, weil das basiert noch auf dem ersten Black Panther-Movie. Ihr seht das hier oben an der Bedruckung der Schachtel. Also es ist kein Set, was zu dem zweiten Black Panther-Film Wakanda Forever gehört. Habe ich extra nochmal nachgeschaut, weil das eigentlich mit den anderen Sets, die letztes Jahr im Oktober da rausgekommen sind, die waren für den Wakanda Forever-Film. Ja, egal. Zwei Minifiguren, ein paar Teile für 10 Euro. Mein Gott, alles okay, finde ich jetzt persönlich. Lass uns anfangen, auspacken, zusammenbauen. Viel Vergnügen! Mein Gott, alles okay, finde ich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020